Hallo meine Damen und Herren und ich sehe gerade rote Striche, wir sind hier bei DieWolf20, let's play mit dem ManiHacker321 oder auch Luca. Hallo, ja wir hatten ja schon mal angefangen bzw. schon ein paar Folgen von dem WCB-Smartback rausgebracht, aber Unleashed war das, ne Light war das sogar. Guck mal da, da sind Hüte. Guck, also es gibt hier, ja mach mal. Dann war ja das Problem, dass wir mit dem Server ein paar Probleme hatten wegen Halloween und jetzt haben wir uns gedacht, ach weißt du, dann machen wir es jetzt einfach nochmal mit diesem neuen Modpack, mit diesem coolen und schauen wir jetzt mal, oh da ist ein Creeper-Kopf. Ja, ich habe einen anderen Hut noch, also es gibt Hüte in dem Mod, die kann man sich dann so aussuchen. Und die Monsters, das waren so cool. Ja, die Monsters da fallen, diese roten Striche kann ich leider gerade nicht wegmachen, weil das genau auf der Aufnahme-Taste steht, äh liegt. Ja, dann machen wir kurz einen Stopp, oder? Nein, wir machen weiter. I! Was ist los? Du machst... I! Hä? Was ist los? Siehst du diese blauen Dinger, die jetzt überall sind? Welche blauen Dinger? Drück mal C auf den Boden. C. Ah ja. Voll. Ist der richtig auch? Ich habe den kaputt gemacht, kann man kaputt machen und wieder hin machen. Was ist das? Keine Ahnung. Ach, das kann man da reinlegen, man kann was da reinlegen. Man kann rechts mit einer Meite machen, dann liegt das da drinne. Cool. Ist ja geil. Okay, ähm... Hier neben... Mal kurz auf gucken. Hier, schau mal, was... Bei mir steht jetzt, was ist das? Äh, ein Zehenklammern davor. Oh, ja, keine Ahnung. Nee. Weiß ich nicht, was das bringt. Ähm, ich hol mir jetzt mal Holz. Das Direwolf-Pack ist ein Mod-Pack von Feet the Beast, wo ganz viele Mods, Technik, sowie auch Magie und andere Sachen zusammengebracht wurden. Ähm, ich werde mich eher auf... Wie krass. Wenn du dich nach hinten beuchst. Ey, komm mal, komm mal, guck mal an. Warte, ich werde mich erstmal auf Magie konzentrieren, Luca macht Technik und ich hol mir erstmal Holz. Ja, was los? Guck mich mal an. Ja. Das sieht so krank aus, wenn der Hut nach hinten kommt. Uh. Okay, ich mach mir erstmal Holz, hier hab ich schon. So. Ich mach schon mal eine Workbench. Ja, hier, 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 hier. Was denn? Und ich hab mir eine Spitzhacke gemacht. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Ich nehm die Dinger wieder mit. Die Box. Nimm mal Pilze mit. Pilze. Okay. Ich will eigentlich in der Nähe des Vulkan fahren. Ja, aber ich will Pilze haben. Ich will da, zu den Bergen. Oh, da hat jemand eine Flagge auf dem Kopf. Wo? Ich hab eine Flagge auf dem Kopf, ich bin ein Land. Ein Land, okay. Das war ja richtig gut. Wo bist denn du? Ach, da. Ich bin ein Land. Ich will auf diesen Berg, wo diese komischen Bäume sind. Äh, das ist die Flagge von Norwegen. Du bist ein Land, oder? Cool. Es gibt jetzt mein Hackerland. Mit einer Flagge, die geklaut wurde. Äh, wir gehen jetzt zu dem Bayakta. Zum Bär. Oh, lila Baum. Oh mein Gott. Das ist ein Enderbaum, glaub ich. Diesen Bären. Und die können wir essen. Oh hä, hast du einen neuen Typen auf dem Kopf? Nein, ja, ich hab einen neuen Typen auf dem Kopf. Hab mir grad einen geholt von dem Squid. Wenn die Bäume wieder lila sind. Wie dein Maul. Los, bau das Zeug ab. Wir nehmen das mit. Ja, mach mal. Ich geh schon mal weiter. Wenn die Bäume wieder lila sind. Wieso sagst du das die ganze Zeit? Erinnert mich an das Blut, wenn die Bäume wieder lila sind. Ja, ich kenn das auch, aber wieso singst du das jetzt die ganze Zeit? Weil da oben lila Baum war. Boah, der ist immer noch. Erstmal ein bisschen Holz holen. Ja, hol mal lila. Und dann machen wir uns auf den Weg. Und holen uns Stein. Leck. Zwischenstück hat man für so einen Hacker. Bei mir war kein Leck. Nee, bei mir war es einfach nur. Vermutlich war es mal gleichzeitig zu sofern, ob da nicht läuft. Achso. Hier, eine Höhle. Oh, cool. Bleib einfach stehen. Für, weißt du nicht, drei Sekunden oder so, dann geht sie da weiter. Das sieht so dumm aus mit den Leuten. Oh, was ist das denn? Was? Oh, na toll, genau für erst gepackt, aber egal. Ey, komm mal hier her. Nee, ich komm erst mit Holz. Upsa. Oh, Kohle. Ember. Hier, ich pflanz mal die Püße hier. Warum? Weiß ich nicht. Ja, die wollen wir doch mit nur mal essen. Ja, wir bleiben hier erst mal in die Höhle. In der Höhle ja, natürlich. Ich hasse in Höhlen zu wohnen. Ja, aber wir können doch erst mal hier uns Sachen fahren. Das ist doof. Ich mache uns erst mal hier Sachen. Ich gehe gerade mal hier rum. Oh, ein Grasblock aus dem Mod. Oh mein Gott, was ist das denn? Das kennt man ja gar nicht. Was ist denn ein Grasblock? Ein Grasblock aus dem Mod. Ein kleiner Leg. Hoff nicht. Stürzt jetzt nicht bei Minecraft ab, doch nicht. Gut, ich habe den, das Swax Puripedy Pack. Ja, aber ohne die passenden Sachen. Ja, ohne die passenden Sachen. Also ich habe zwar die Default, also die Standard Sachen habe ich halt als Swax Textur. Weiß ich nicht, die geht. Das ist auch für Magie. Und sonst die anderen Erze halt nicht. Die sind halt immer noch so, wie sie halt im Mod eigentlich normal sind. So wie man hier schon mal sieht. Wollen wir trocken Blätter? Aha. Aber die kann man nicht einsammeln. Einfach nur so einzelne Blätter. Ach so, ja, ja. Das ist von dem Mod einfach so. Da fliegen so ein paar Blätter rum. Ich sammle gerade mal Hexenholz. Mach das. Äh, ich gehe da nicht runter. Das ist ein böse Monster. Doch, lass jetzt mal die Mine gehen. Nein, da gehe ich nicht runter. Ich bin doch nicht blöd. Ich höre mir erstmal mehr Kohle. Ja, ich komme aber mit. Es wird sagen, wir machen das. Weil draußen können wir jetzt gerade nichts machen. Es ist Nacht. Level 1. Au. Und wir haben keinen Timer. Aber egal, ich habe eh meine Audacity-Aufnahme. Da sehe ich ja, wie viel Zeit noch ist. Äh, guck mal schnell, wie lange es schon war. Ich schaue. Warte. Äh, 6 Minuten. Und 23 Sekunden. Das heißt, wir haben noch 9 Minuten. Ich würde sagen, Viertelstunden. Wieso sind hier Blätter? Ja, hab ich ja schon. Ey, da ist ein Baum rausgekommen. Also ein Sessling. Mach mal bitte fackeln. Ja. Mach ich. Warum ist hier einlisten? Nee, das scheiße. Oh, ich mach mal meine Breiters auf ganz hell. Oder warte, wir... Nee, okay. Warte kurz. Ja doch, erstmal gehen wir hier sammeln. Und zwar darunter. Oh, das ist ein Skelett. Und zack. Und Schwerter machen. Mach mal bitte aus dem Holz und dem Steinschwerter. Komm her. Habe ich schon Schwerter gemacht. So, hast du. Dafür kriegst du das hier. Was? Hast du mir gegeben? Was ist das? Ich habe auch noch Essen mit. Oh ja, das brauch ich sogar. Aber ich weiß nicht genau, wofür. Ich habe den Mod alleine mal kurz angefangen, andere anzugucken. Du brauchst den dort irgendwo für. Nein, geh weg. Oh, ich habe den... Oh, mein Gott, du bist ein Horse, ne? Was denn? Ja, wieso lockst du den Enderman an? Ich habe ihn angeguckt. Boah, schreit der. Ja, das kann der. So, ich mache mir noch eine Schippe. Und hole uns erstmal ein bisschen... Äh... Dreck. Ja, kommst du mal, hilfst mir? Nee. Wow, das Ding schießt. Ich habe keinen Bock gegen den Enderman zu kämpfen. Dann bist du schon wieder weg. Ja, ich mache uns ein Haus. Sag mal. Womit wir sicher sind vor den ganzen bösen Monster, die auf uns warten. Der Enderman ist schon weg. Trotzdem. Jetzt trotzdem. Ich mache unser Haus sicher. Der Enderman ist gerade über dir. Der ist über der Höhle und wartet da oben auf dich. Und eine Explosion und du wurdest gekillt von einem Enderman. Herzlichen Glückwunsch, der erste Tod. Ja, machen wir das drauf. Deathcounter, Luca 1. Ich 0. Ich glaube, ich richte mal ein Deathcounter ein. Notierst du dir, ist das einfach oder wie? Nee. Warten sonst. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie das war. Go, what. Hm, 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 hm. Haus ist bald sicher. Äh, ich brauch noch mehr. Wir machen uns erstmal eine Hülle als Haus Und können uns dann gleich aus der Hülle Die ganzen Ärzte da raus Farmen Danach können wir ja noch woanders hingehen Kannst du mich mal bitte killen Nein Doch Mach mal Du bist ganz schön übersteuert oder nah an deinem Mikro Ne ich kann mich aber wieder leiser machen So Und ich seh keinen Deathcounter Ich bin ja noch nicht bei dir Ja guck mal unter meinen Namen Unter Ne Da ist dein Kopf Ich hole mal ein paar Schaf und mach uns mal Kannst du mal versuchen meine Sachen wieder zu bekommen Die da unten waren Okay Ich will aber nicht sterben Ich will aber nicht sterben und von uns gehen Von uns von dir gehen Der Vulkan sieht auf jeden Fall sehr geil aus Ich glaube aber nicht das da drin was ist Der ist glaube ich nur so Da um die Umwelt ein bisschen schöner zu machen Was hat der denn auf dem Kopf Der hat nen Gum Ne was hat denn der auf dem Kopf Ich hab kein Dingens Kein Kein Wie heißt denn das Optifine Deswegen kann ich nicht ranzoomen Bei dir piept es Ganz leise Du bist übersteuert So Ja Immer wieder was dauer Sterb alle Die haben alle den Lol der hat Eisenschwert Oh der hat ne Krone Oh yeah Geh weg du Scheißvieh Ja Ich hab ne Krone Und ich höre was fauchen Ups Ich hab Eisen gefunden Fell out of the world Oha die ist ganz schön groß die Hülle Oh mein Gott Nein ich hasse es Geh weg Ein böses Vieh Aua Oh Alter Ich bin fast tot Ich brauche mal Ich muss weg Ja natürlich Wo bin ich denn jetzt Wo sind die denn alle Ja die machen sich unsichtbar Das ist voll gay Jetzt hast du Oh Na Creeper Also ich muss das Scoreboard Ach manu Was wo ist das Scoreboard Ach da Drei Was steht da Below name Drei Was Below name Warum steht da Below name Frag mich nicht Drei 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 Ja Ey das fehlt aber nicht Oh ich hab ne Desert Nova Aha Und ich versuche Unsere Sachen wieder zu bekommen Aber da sind ja Die ganzen Wichsviecher Hey wie bist du da Ist denn gekommen Au Ey keine Chance Ich hol unsere Sachen YOLO Yeah ich lebe noch Was ist Das finde ich doch blöd Aua Ich verrecke hier Ey der hat keinen Hut Ein Fisch Direkt doch Ja Ich hol mir einen neuen Hut Gibt's mir mal irgendwas Oh 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 Direkt Och mann du scheiße Jetzt bin ich schon wieder am Arsch der Welt TP dich Ja dann mach warte ich nehme ihn lieber nicht schwer wenn maus 4 7 1 1 1 du bist schon da kann nichts aufsammeln oder geht schon wieder so was aber meine meine sachen wieder kann man sich mal abbauen oder seine krone könig könig so jetzt ist man hier ganz viel kupfer die brauchen wir auch und ich passe auf ja ja was hier kommt er nimmt die packe und uns eigentlich erst mal eisen holen damit wir ein bisschen besser sind rüstung ja das auch ich gehe mal kurz zum eisen ich habe einen ich habe einen ach rüber mein freund du schwanz doch man wie soll das ja geil was soll das denn das war ein blauer krieger ist einfach verrückt der schleim das schleim schleim ist tot wo ist das da ist das eisen gewesen aber wo ist das die karte ding da war hier glaube ich ja der ist tot keine ahnung wer ist durch den creeper verreckt und ihr uran braucht man nicht erst mal das ganze körper mitnimmt ich will erst mal hier ausleuchten und hier ist gut quarts das ist so ungefähr so gut wie eisen das kann man das liegt hier erstmal so punkte rum was für punkte ja da unten auf dem boden die dann so langsam verblühen da ist eine hier ist eine spalte spalt so was einfach essen da war eisen ja weil ich muss noch ausleuchten dann komme ich so dass quarts ich weiß nicht mehr wo es ist der quarts war doch schon jetzt hier ja hier ist aber noch mehr quarts und das gute platziert immer ein holzblock captain gefunden platziert immer ein holzblock bei eisen ist okay geh einfach den weg zurück ja mach das jetzt mal nein ja ich komme jetzt nxp xp dann hol das xp busch ich hab dem holz markiert ja ich hab schon gefunden du hast ja genau neben dir auf das was hinter dir ist noch weiter so muss noch mal zurückgehen erst noch mehr ja hier ist noch mehr eisen ich hab kein essen ich hab nur schleimbälle und ein level an die schleimbälle bringt es auch ja die kann man auch essen kann man essen nein kann man nicht ein entwoppy infused stone was das denn keine ahnung wofür ist das okay leute das war es jetzt erstmal mit der ersten folge wir verabschieden uns und hoffen dass ihr nächstes mal wieder dabei seid lasst uns ein abo da oder auch ein like oder auch ein kommentar alles was glück mich macht und ich würde dann sagen wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dann